Hallo? Ist doch irgendwie Vorspein oder sowas? Amster Punkt oder Amster? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Bitte sehr! Ja! Nach links! Okay, cool! Oh ja! Nicht schlecht, Drachenreiter! Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für dich! Erika! Nein! Das Onkel! Nein! Such sie, Sapphira! Oh, ich habe eine Nachricht bekommen! Das ist für Onkel Garo! Die sind ganz schön schnell! Ja! Ja! Achtung! Nein! Das ist ja... Das ist ja eigentlich jetzt für mich! Ich habe den Samen schon gelöst! Ähm... Ich habe den Samen schon gelöst! 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 Das ist nun gelöst! Auf meine Seite, auf meine Seite! Du kannst froh... Tolles Tempo! Achtung auf die Klingen! Ratsack! Auf dem Baum! Der Klingen! Der Klingen! Die Klingen! Foul, meine Herren! Der Klingen! Die Klingen! Und hier noch! Soll ich doch raus? Abhören. Es bringt die Unterricht. Bitte schrauch. Ich beschriere er. Was ist die 1,100? Die 1,100? Ich bin zu. Die 2,100. Das ist der 1,100! Und wuppe ich nach dir. Um ein Nürzeln zu finden. Ach komm! Sie fliegen! Oh Gott! Scheiß Engel! Ja! Ja, flieg ich! Ich habe noch ein Schuss. Sie fallen, Chloé. Sein Schuss, meine Schuss! Ich hinwelle, diese Schuss-Kneid. Sie fallen, die Schuss-Kneid zu verwegen, der, die Schuss-Kneid zu schweiten, Sie ziehen sich einen Schuss-Kneid zu! Oh Gott, das war er. Was ist das? Fogel, Fogel, Fogel! Wir haben uns noch ein bisschen... Wir haben uns ein bisschen... Achtung, Gönnchen! Scheiße, das ist ja auch immer so... Die Gräser hat doch voll so was... Was ist das? Wir haben uns noch eine Karte, aber das ist gut! Das ist so hart nicht zurückgefallen! Oh, das ist ja so... Woah! Das ist richtig! Ich meinte nicht... Wo das ist? Oh... Da... Oh... Oh... Hey ihr beiden, habt euch wieder lieb? RASAK-Jagd! Wir haben mal beendet! Ich muss mal grad total unprofessionell gucken, was... Dann lasse ich mir so weit! Das ist ja! So, da bin ich wieder! Ähm... Ja, für das erste Tauben 8... Schöne Sache! Fortsetzen! Das haben wir eigentlich mal so viel... Schalte feiner aus, indem du sie mit Magie, in Feuer, tiefes Wasser oder in gelbten Lippen schiebst! Fortsetzen! Gefangen! Nein! Joa! Wir haben schon ein paar Leute das mit uns gebracht! Kommen wir mal, wie das das noch geht! Mit Feinland! Jetzt hab ich das nicht lesen können, weißte! Oh-oh! Wie? Wir müssen sie befreien! Hört Magie auf die Wurzeln! Bettina! Sie wird zerquetscht! Nicht gut, oder? Bettina! Noch ein bisschen! Renn mal, renn mal, renn mal, renn mal! Bettina! Die Wurzeln sind weg! Die Stämme! Die Wurzeln sind weg! Komm, komm jetzt! Trotz, komm! Beschüttlich! Oh, beschüttlich! Die Bisten! Weiter! Sie drücken mich immer nicht zu Boden! Konzentrier dich auf den Ratsack! Kannst du nicht weg? Ach, wir verdienen, drauf! Ach, ich denke, nicht weg, um... ...wann er war! Ja! Ach, komm raus! Und den kannst du jetzt nicht sagen, oder? Arschlich, okay, gut, dann wollen wir das mal schön verteilen. Nee, alter, super. Verteilen und nichts. Verdeilen, oder? Verdeilen, oder? Ernst, dass wir immer leben, oder? Nein, basta. Keinegüter. Hääää! Diese Schmerzen. Die Stämme. 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 Die Stämme.